Hallo und wir kommen zu einer neuen Folge von Deutorial Master 71. Ich war mit dem Medienmarkt und da habe ich gesehen, ein Klassiker unter den Emo-Schulern. Es ist PD 18, ich weiß nicht, worum es mehr zu Wort ist, aber es ist auf Mariko. Und ich spiele euch zehn, wie das so ist. Ich habe es sonst gespielt. Ich will es mit euch zusammenfassen. Also der Schuh ist sehr hart. Also würde ich für Kinder unter 18 das nicht hinweisen. Also bitte wegschalten. Das ist, wie man sieht es schon, Multiplayer, viel mehr. Vor allem der LKW sticht hervor, also sehr gefährlich, ja, da ein, wie nennt man das, ein Maschinengewehr. Und da war ein Schutzgesier, also sehr gefährlich. Und ich bin einfach mal zufrieden. Äh, ich will wieder da hin, ja. Und hier gibt es natürlich auch, weil es ist eines der besten Spiele, Profis, fünf Eigenschaften, vier Farben. Zumindest waren drei Eigenschaften drei Farben, das reicht. Wirklich. Hier. Das ist es und ich werde jetzt erstmal... Ja. 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 Ich habe die Musik auf und ich habe es geschafft. Die sieht ganz schön komisch aus. Ich bin Dekty. Tja. Ich bin Dekty. Ich bin Dekty. Der Spaß auf jeden Fall. Ihr seht die Spiele und, ja, die sind doch nicht mal auf der Gegend gekommen. Wenn nicht, wäre ich sehr traurig. Ok. zu machen. Ja. Ja. podcast.